Manu, dieses Game enthält plötzliche laute Geräusche und potenziell ziemlich unkomfortable Bilder. Für die beste Erfahrung nutzen Sie bitte Kopfhörer und dreh die Lautstärke hoch, bis du den Regen hörst. Also Leute, hallo und herzlich willkommen zu der Five Nights at Candies 3 Demo. Das Spiel ist letzte Woche schon releasen worden, also die Demo. Aber ich kam bisher noch nicht wirklich dazu, sie zu spielen, aus dem Grund, dass ich eine Woche im Prag war, aber das ist was anderes. Also spiele ich es einfach mal jetzt. Ich habe mitgekriegt, dass es released wurde. Hat mir es ganz kurz angeguckt, kennt deswegen einen, weiß nicht wie groß der Teil ist, aber einen klitzekleinen Teil auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, wir können Fullscreen machen. Alt und Enter. Ähm, ja. Also, auf jeden Fall. Äh, generell ist das ganze Spiel halt, wir sind da in so einem, äh, Raum. Und dann kommt da die Nightmare Rat uns entgegen und wir müssen sie aufhalten. Wie das geht, steht hier. Wenn das Monster angreift, halte einfach die Taschenlampe auf das, auf die Augen des Monsters, bis es weg geht. Klingt einfach, wir werden sehen, was das wird. Und, das weiß ich. Jetzt kommt der Teil, den ich noch nicht kenne, weil das kommt mir gerade neu vor. Wenn das Monster unter das Bett geht, finde raus, welche Seite vom Bett, äh, es ist unter. Also, unter welcher Seite vom Bett es ist. Oh, guter Englisch, Nico, ey. Und, dann, während du nicht mal unter das Bett guckst, guck in die andere Richtung des, äh, Schlafzimmers, äh, damit das Monster, äh, endlich rauskommt. Äh, und wenn du es rauskommst hörst, dann dreh dich zu dem anderen Raum von dem Raum, äh, anderen Seite von dem Raum und, ja, nutz wieder deine Taschenlampe. Ach, du Scheiße, also, also, das heißt, wenn das jetzt unter meinem Bett ist, dann muss ich herausfinden, welche Seite vom Bett das ist. Dann muss ich, dann muss ich hoch, oder wie, oder dann muss ich wieder hochgucken, in die andere Richtung gucken, und wenn es dann rausgekommen ist, muss ich es angucken. Richtig? Richtig. Oder? Richtig! Äh, okay, und dann gibt es hier noch den Tape-Player, ja, ja, gut, den kenne ich auch. Also, der Tape-Player ist so was, da geht die Nacht schneller rum, sozusagen. Wenn man da auf den draufklickt, spielt eine Musik, und solange die spielt, äh, ja, wird halt die Nacht schneller rumgehen. Gut, ich bin aufgeregt. Oh, klickiert hier zum beginnt. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, die Atmosphäre, oh Gott. Hier sind übrigens richtig viele Easter Eggs in dem Spiel. Und zwar werden das... Oh, ich hab keinen Sound hier drinnen. Das wäre einmal, äh, nämlich, da oben, Jackseptica. Da warst du! Äh, Smaik. Gott, Alter, ich werde mich so erschrecken. Marke Player. Ich hab Angst. Hier ist ein Secrets Toast Nights at Rear. Ich will nicht über die Secrets reden. Ich blende dir einfach mal was ein, wo ich dir alle zeige. Nein. Glaube ich. Oder? Weiß nicht, ob ich mich traue, das nochmal zu spielen. Oh, ich hab so ein Schiss. Bitte tu mir nichts. Was, das ist, weiß ich nicht. Könnte auch ein Secrets jemanden sein. Da ist er. Oh Gott. Eigentlich müsste ich den Music Player spielen, aber ich traue mich gar nicht. Ich hab eigentlich schon alle Secrets gezeigt, die ich... ...kenne. Aber es gibt ja Millionen, also man kann gar nicht alle wissen. Gatcha Bitch! Oh Gott. Das ist so, sollte man das Spiel bestimmt nicht durchstehen. Da war... ...nicht. Da, hab dich. Es ist 1 a.m. Wenn wir das jetzt so weitermachen, schaffen wir es. Das ist übrigens eine schwere Demo, also es ist nicht so, dass man sie ganz einfach schaffen kann. Äh, ich habe bisher bei keinem gesehen, dass er die geschafft hat. Und ich hab's mir schon bei einem ganzen Typ für 5 Sekunden angeguckt. Wow. Okay, jetzt müssen wir ihn anleuchten. Und er versucht auszweiten. Oh Gott. Er ist weg. Hört ihr das? Okay, wir gucken mal unter das Bett. Ah! Wo war er? Boah, ich bin erschrocken. Ja, das Spiel ist aber auch mega, mega geil. So, okay. Riketo beginnt. Wir machen jetzt mal, wir versuchen jetzt mal länger als 1 a.m. zu kommen. Wir machen jetzt von Anfang an dazu, Leute. Pass auf. Jetzt hab ich's Plan. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Habe ich recht, oder war ich falsch? Hä, der lag doch, warte mal, ich hab drunter geguckt, und er lag, er lag doch rechts. Ach so, weil ich falsch rumgucke, er lag eigentlich links, und ich hab nach links geguckt, ich depp. Oh Mann, bin ich doof. Ich les mir jetzt mal den Tape-Player durch. Und dann mach ich auch die Musik lauter, dass er das vielleicht hört. Also, t-t-t-t. Ach, man muss den wieder aufladen, also so, ja, zurückspulen, genau, jetzt kann ich nicht aufs Wort. Okay, dann mach ich das mal. Letzter Versuch, denke ich mal. Boah, das Spiel ist sau gut. Okay. Ähm. Leute, wir machen's wie das erste Mal. Tape-Player an. Also anscheinend geht er wirklich sofort unters Bett, wenn man ihn einmal verscheucht hat. Gott, wo das Klopfen da war, ey. Doc, 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 Alter, ey. Boah, das erschreckt so heftig. Ich hoffe, ihr hört jetzt die Musik. Ich höre sie nämlich auf, wo bin ich gerade angesprochen? Hier sind richtig viele Easter Eggs, bestimmt. Fack. Ich hab keinen Bock, so lange zu rewinden. Oh, jetzt hab ich mich vor der Puppe da erschrocken. Es hat geklopft. Achso, nee, das war nur der Tape-Player, ist fertig. Schnell. Ich weiß nicht, ob das ein Plan ist, was ich hier mache. So ganz kurz rewinden. Nee, der ist zu schnell wieder fertig. Oh, das ist, also ich muss Emil, Ace, Marco, echt ne Eins geben. Das ist so ein gutes Spiel. Und so grüße ich. Holy shit. Das Spiel ist echt krank. Okay, jetzt schnell. Auf meinem Bett ist auch ein Easter Egg, das weiß ich. Oh Mann, ich möchte das länger rewinden, aber ich hab Angst, dass der dann angreift. Ich glaube, ich werde den versuchen, den einmal richtig abzuwenden, dann mach ich das mal. Nein, richtig. Nicht so. Ja, das Spiel macht echt viel Schiss. Das ist ein sehr, sehr gutes Horrorspiel. Und in dem Devlog von dem Spiel steht ja auch, dass er noch nicht nur die Nightmare hatte, sondern mit ganz anderen Mechaniken auch andere Animatronics noch einmal aus den früheren Five Nights. What the fuck? Okay, gut. Da hab ich mir jetzt nicht so erschrocken, dass man mehr gespielt. Oh Gott. Hey, ich guck ihn noch an! Okay, er ist bestimmt unter Bett, er ist bestimmt unter Bett. Okay, nach da gucken. Und da ist er. Ja, da ist er. Hat dich! Oh, gut. Okay, er ist wieder verschwunden. Tatsächlich. Ich hab ihn abgewehrt! Holy shit! Ich hab ihn abgewehrt! Okay, wenn's klopft, ist er im Raum. Und wenn die Taschen haben wir so flasht. Das hab ich jetzt auch. Klopft, klopft, klopft! Oh, das ist das nur ne Uhr. Ja, ich glaub, das war nur Uhr. So ne Tiger. Oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Scheiße, der Tape ist aus. Ich kümmere mich jetzt nicht um den. 3 EM, Leute. Wir haben die Hälfte der Nacht geschafft. Und laut dem Devlog wird's jetzt schwerer. Oh oh, hab ich keinen Bock. Okay, okay, okay. Ich hab das Prinzip jetzt komplett raus, Leute. Ich kann das schaffen. Vielleicht ist es ja doch nicht so schwer. Aber gut, es ist nur ne Demo Night. Er hat's, äh, eben im Ace Mako hat's selber gesagt. Bitte nicht nach der Demo Night judgeen. Es ist nur die Demo Nacht. Gott, Leute. Mein Gott. Oh, da ist er. Hab dich. Und er ist in der Bett. Warten. Und los. Sehr gut. Boah, Leute. Oh, ihr wisst nicht, wie Adrenalin treibt. Das ist vor allem... Ich weiß nicht, ob er schon da ist oder nicht, wenn ich unter dem Bett hervorgucke. Ich hoffe immer, er ist schon da. Ansonsten killt er mich. Mich. So. Er wird auf jeden Fall schon aggressiver, wie man gemerkt hat. So, jetzt ist es bestimmt fertig. Ja. Oh, Alter, ist das anspannt, ey. Nein. Ey, das Spiel macht... Echt, das ist... Das ist so geil. Ich glaubt ihr, wir gar nicht. 4 Uhr. Verdammt. Ja. Ich wollte mich eigentlich bei einem kurzen Part lassen, aber... Wenn das jetzt was wird, ne? Also, es ist in jedem Fall der letzte Versuch, aber es... Läuft grad so spitze. Okay, der Tape-Player hat gestoppt. Das heißt, es würde Zeit, ihn zu... rewinden, aber ich möchte es noch nicht machen. Entweder er greift direkt an oder er zeigt sich nochmal in so einem Schrank oder... Okay, jetzt rewinde ich ihn rein. Sehr, sehr gut, Alter. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal ein Bonus-Video machen, wo ich... Hier drüben... Oh Gott. Okay, unter das Bett, unter das Bett, sofort, sofort. Es müsste jetzt da gewesen sein. Nein, da! Oder? Oder? Ich hoffe nicht! 5 Uhr! Shit! Ich hab in die falsche Richtung geguckt, weil ich zu panisch war. Und... Oder zu schnell weggeguckt, eins von beiden. Naja, egal. Leute. Puh. Das war 5-Nighted Candies 3, die Demo. Ich freu mich so auf das richtige Spiel. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt mir in den Kommentaren Bescheid. Einen Daumen hoch wäre auch nicht schlecht. Und dann sehe ich euch das nächste Mal bei einem Video. Vielleicht sogar bei der 5-Nighted Candies 3-Demo. Bis dann. Ahoi.